Wir sind das Team der Personalabrechnung der Holding Graz. Das Team der Personalabrechnung besteht aus 15 Personen. Wir bieten einen unkomplizierten Umgang miteinander an, der vor allem von Wertschätzung getragen sein sollte. Wir veranstalten alle Jahr einen Betriebsausflug. Wir sind Dienstleister für Personalabrechnung für nahezu alle städtischen Unternehmen, wie zum Beispiel der Holding Graz, der Energie Graz oder dem Flughafen Graz. Wir bieten Büros im Herzen von der Stadt Graz an. Unsere Büros sind nur wenige Schritte vom Hauptplatz entfernt und somit öffentlich sehr gut erreichbar. Wir bieten auch möglichst flexible Arbeitszeiten im Rahmen unserer Gleitzeitvereinbarung an mit Homeoffice- Möglichkeiten, um die intensive Arbeit als Personalabrechner leichter gestalten zu können. Uns in der Holding erwartet Sie ein attraktives Gehaltsangebot und wir bieten auch die Möglichkeit des Erwerbs eines Jobtickets an. Ich bin seit 21 Jahren in der Holding Graz tätig. Als Lehrling angefangen mit 15 bin ich jetzt Gruppenleiter für genau diese Stelle. Ja, warum sollten Sie sich bei uns bewerben? Wir haben seit diesem Jahr die Möglichkeit, dass wir ab dem 43. Lebensjahr die sechste Urlaubswoche erhalten. Es gibt auch die Möglichkeit, die Betriebskantine mit Blick über Graz zu benutzen. Weiters gibt es die Möglichkeit, da wir ein sehr familienfreundlicher Betrieb sind, den Betriebskindergarten im Augarten zu nutzen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, damit wir gemeinsam für die Stadt unseres Lebens arbeiten können.